Jetzt ist richtig Erkältungswetter. Draußen hast du dir ganz schnell eine Grippe eingefangen oder eine Erkältung mit Halsschmerzen, mit Husten, mit verstopfter Nase. Darum gaben die alten Römer diesem Monat den Namen Febrarius, Fiebermonat. Und viele lassen sich vorsorglich gegen Grippe impfen oder empfangen den Blasiussegen. Über den heiligen Blasius ist historisch nicht viel bekannt. Er war im dritten Jahrhundert Bischof von Sebaste, dem heutigen Zivas in der Türkei. Wegen der Christenverfolgung musste er sich in einer Höhle im Wald verstecken und leitete von dort aus sein Bistum. Vögel brachten ihm die Nahrung. Er segnete wilde Tiere. Er heilte ihre Verletzungen. Aber sein Versteck wurde entdeckt und er wurde verhaftet. Im Gefängnis rettete er einen Jungen, der eine Fischgräte verschluckt hatte vor dem Ersticken. Diese Szene stelle ich mir in meiner Fantasie so vor. Blasius sitzt in seiner Zelle, ebenerdig, mit Gitter nach draußen und ganz in der Nähe sitzt eine Mutter mit ihren Kindern beim Mittagsessen. Es gibt Fisch. Das Kind verschluckt sich ganz fürchterlich und läuft blau an. Sofort muss ein Arzt her. Da erinnert sich die Frau, der Arzt, Blasius, sitzt ja ganz in der Nähe hier, im Gefängnis. Und sie schnappt sich das Kind und rennt mit dem Kind zum Zellenfenster und schreit Hilfe, Blasius, Arzt, hilf mir. Aber der kann nichts machen. Der sitzt ja im Gefängnis. Und darum kann der nur sagen, beruhige dich. Gott wird uns helfen. Wir beten jetzt für dieses Kind. Und so beten sie. Und dann sagt Blasius, versuch noch mal, ob die Gräte rauskommt. Die Mutter stellt das Kind auf den Kopf. Das Kind erbricht die Gräte und alles, was es im Magen hat. Gott sei Dank, sagt die Mutter. Beten und heilen. Ob sich Blasius vor seiner Hinrichtung an diese dramatische Szene erinnert hatte und darum betete, dass alle, die eine Krankheit an der Kehle oder sonst eine Krankheit haben, Erhörung fänden, wenn sie in seinem Namen um Gesundheit bitten, das wissen wir nicht. Der Legende nach aber versicherte ihm eine Stimme aus dem Himmel, dass diese Bitte erhört wird. Am Wochenende wird darum in allen Kirchen der Blasius Segen erteilt. Dieser besondere Segen mit den zwei brennenden Kerzen. Heute im Nachtgebet bete ich für alle Eltern, die sich um ihre kranken Kinder Sorgen machen. 22 Uhr, DOMRADIO.DE Dein Weihbischof Ansgar